Jo moin, hier ist wieder Olli, der Bogenfreund. Mit dem heutigen Video möchte ich euch einen schnellen Einstieg in das Thema Zwille selber bauen geben. Mit schnell meine ich jetzt erstmal wirklich ganz schnell, weil schnell heißt 1, 2, 3. 1, 2, 3 bedeutet die drei Zwille hier weg. Einmal einen Zwilling Rohling, das Ember Belt, Befestigungsband und ein Zwilling Gummi, ein Bandset. Mit den drei Artikeln seid ihr schon schnell in der Lage so eine Zwille selber zusammen zu bauen und auch Ersatzbandsets anzubringen, falls es dann doch irgendwann mal reißt. Unsere Rohlinge, die sind CNC gefertigt, also computergesteuert ausgeschnitten, mit einer Oberfräse abgerundet. Die müsst ihr eigentlich jetzt nur noch mit 100er Schmirgelpapier glätten und dann mit dem Universalöl von Ballistol umweltfreundlich versiegeln, damit die schmutzunempfindlich und wasserunempfindlich sind. Dann werden diese Bandset-Enden hier an der Zwille befestigt. Das ist ein OTT-Modell, das bedeutet OTT. OTT heißt Over the Top. Die Zwille wird quasi so geschlossen. C-Griff, einmal hier anpacken, die Gummis über die Wurfgabelenden führen, ausziehen und zack, Feuer und so wird Schuss für Schuss erfolgreich bewältigt und die Bänder halten und halten. Ich habe jetzt immer wieder Kundenanfragen erreicht, die halt gesagt haben, bei deinen Wurfgabelenden hier, da sind überhaupt keine Aussparungen. Wie soll denn das halten? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Leute, es hält. Könnt ihr euch ganz sicher sein. Wenn ihr die Zwille immer richtig zieht, also nicht so, dann kann es rausrutschen, aber so, dann hält das Bombe. Ihr braucht da keine Nut oder irgendwas reinsetzen. Alles total safe, hat sich bewährt. Tausende von Schuss und alles hat immer gehalten. Wenn eher was kaputt geht, dann halt einfach all das Erscheinung des Gummis, dass es hier hinten reißt, hier im Bereich der Pouch. Gut, also mit diesen drei Komponenten, die ihr bei uns zum Shop bekommen könnt, könnt ihr zack, zack, zack schnell eine Zwille selber bauen. Jetzt bist du aber ambitioniert und hast irgendwie Zeit oder brauchst ein Hobby und hast da voll Bock drauf, dir das ganze Thema selber zu erarbeiten, wie man auch so ein Bandset herstellt. Dann wird die ganze Sache jetzt ein bisschen, ja, ich will nicht sagen komplizierter, dann wird sie halt umfangreicher. Umfangreicher bedeutet, wir fangen an, wir brauchen eine Schneideunterlage, auf der wir gleich schön arbeiten können, mit der wir mit dem Rollcutter und einem Linealbandset und einem Stück Latex, in dem Fall ist es jetzt hier Teraband Gold, uns dann so ein Bandset zurechtschneiden. Mit dem Lineal und dem Rollcutter fahren wir über das Latex und können so sehr identische Bandsets Gummis herstellen. Wenn wir die dann haben, müssen wir die ja mit der Pouch verbinden. Und dafür kommt jetzt das erste kuriose Werkzeug, eine Einfädelhilfe. Diese führen wir hier durch das Loch an der Seite der Pouch durch, schnappen uns unser Zwillengummi, das kleinere Ende, ziehen das einmal hier durch. So, zack, dann richten wir das Ganze aus und jetzt müssen wir das befestigen. Jetzt kommt das zweite kuriose Werkzeug, wir legen das so rüber, schnappen uns das und nehmen unsere Arterienklemme. Jawohl, Arterienklemme, hast richtig gehört. Und dann, jetzt, warum wird es noch mal schwer, jetzt kommt hier unser Slingshot-Jig. Wie man sehen, diesen Arm kann man hier nach vorne und hinten schieben. Das ist jetzt total wichtig, weil wir dadurch Spannung auf das System geben. Wir legen die Pouch hier über den Dorn, führen die Klemme hinter diesen Haken, ziehen das Ganze aus und haben jetzt hier Platz, um an dieser Stelle eine Wicklung anzubringen und quasi dieses Bandset an der Pouch zu befestigen. Hierfür empfehlen wir euch Crystal String. Das ist wohl das weltweit meist eingesetzte Wickelgarn, Befestigungsgarn für Bandsets. Und jetzt schaut mal, ich klemme das jetzt total fest. Ich habe hier drei Zentimeter Platz dazwischen. Jetzt ziehe ich mal dran. Schaut mal, wie hoch elastisch das ist. Das ist echt krass. Und das ist natürlich super, weil so ein elastisches Garn an einer Pouch-Bandset-Verbindung, die natürlich starken Kräften ausgesetzt ist und schön gereckt wird, wenn wir hier so ein Gummi haben, was halt auch elastisch ist, dann hält das einfach länger. Da können wir einfach mehr Schüssel mitmachen. Deswegen immer die Empfehlung elastisches Crystal String Garn. So, wie das geht, seht ihr in einem anderen Tutorial-Video. Das könnt ihr da nachschauen und ich zeige jetzt einfach mal das fertige Produkt. So sieht das Ganze dann aus. Schön ziehbar hier. Das hält alles. Bombe. Alles cool. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, okay, jetzt muss ich das ja wieder mit diesem Rembrandt-Band hier an der Zwille, an den Wurfgabelenden befestigen, um dann hier so eine fertige Zwille zu haben. Wie das geht, seht ihr auch noch in einem anderen Tutorial. Mir ist jetzt erst mal wichtig, dass ihr versteht, wie so eine Zwille vom Aufbau her zusammengesetzt wird, wie die einzelnen Elemente geschnitten werden. Und ihr könnt natürlich Geld sparen, wenn ihr das alles selber macht. Es ist auch einfach ein schönes, cooles Hobby. Und ja, schöner Zeitvertreib und macht das Thema für einen auch selber einfach nochmal einfach ein bisschen sympathischer und man steigt einfach tiefer ein. Und das fühlt sich eigentlich auch ganz cool an, muss ich sagen. Gut, ich hoffe, das hat euch soweit geholfen. Dieses Zwillenschießen ist übrigens auch ein sehr gutes Hand-Auge-Koordinationstraining für Bogenschützen. Wird wenig kommuniziert, aber ich habe selber festgestellt, ich kann manchmal nicht immer mit dem Bogen in den Wald gehen oder auf den Platz gehen und schießen, aber ich bin relativ wie beim Hund spazieren. Und da kann man mal einfach ein paar Schlammkugeln mitnehmen, so Tonkugeln, schießt auf ein paar Steine und man lernt sehr gut damit die Abläufe nochmal, die auch beim Bogenschießen ähnlich sind. Ich muss halt die richtige Spannung halten, ich muss ankern, ich muss vernünftig lösen und man lernt dann wirklich auch nochmal Präzision durch das Zwillenschießen. Und das hat sich tatsächlich auf das Bogenschießen ausgewirkt. Also kann ich nur empfehlen, wer Bogenschütze ist, der sollte auch Zwillunke sein. Und dann hat man nochmal eine kleine Zwille dabei, mit der man halt schön trainieren kann. Ja, ich hoffe, euch ein paar Anregungen gegeben zu haben und verbleibe erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt bitte gesund und wir hören und sehen uns dann mal bei mir hier zu Hause hinten im Skistand auf dem Garten oder ihr bestellt einfach bei uns im Shop und habt mal noch eine Frage, dann ruft an oder schickt mir eine E-Mail. Ihr könnt mich auf viele Art und Weise erreichen. Ja, alles Gute, bis bald!